Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen im Wald Tempel vom Spiel Moonlighter. Und wir werden jetzt natürlich weiter hier Items sammeln und selbstverständlich versuchen unsere Aufträge, die wir angenommen haben, im letzten Part zu erfüllen. Zuerst mal die Sachen dafür zu sammeln. So, dafür brauchen wir jetzt haufenweise Notizzettel. Zum einen von dem Sparmattel da vorn. Genau, da droppt es schon. Und zum einen von einem Rankling, finde ich da richtig. Tech-Rankling oder so irgendwie. Und ja, das werden wir schon endlich bekommen. Schön, da droppt auch mal was, ne? Wollte ich gerade sagen. Auf lauter Singen kann ich nicht sprechen. Ähm, ja. Also es lohnt sich doch irgendwie die Büsche zu zerstören. Ab und zu kann da doch was brauchbares drinnen sein. Wusch! Dam-bam-bam-bararam. Ramm-bam-bam-bararam. Halte, geht's weiter? Die habe ich fast nicht gesehen. Das Dürtel da. Zack. Alter. Zack-zack. Du gelbes Pumpatz. Zack. Und zack. Ui. Was ist denn das? Kaputtes Rapier. Okay, das hatten wir gleich noch nicht. Ein altes, verbeultes, nutzloses Metallstück. Gott sei Dank. Das kann man immer brauchen. Gut, da geht's nicht runter. Zack. Zack. Gut, hier kommen wir die nächste Ebene. Das ist für uns ein bisschen zu früh. Ein bisschen. Halt. Äh, super. Stütze ich da in den Tod. So gehört sich das. So. Hoppala. Zack, 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 zack. Und zack. Und nächster Raum. Zack. 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 Und zack. Zack. Hoppala. Böse Ruhe. Macht nix, die Mama kaputt. Zack. 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 Da geht's nochmal weiter. Cool. Schöner Raum. Zack. 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 Das ist schön. Das ist schön. Das ist wunderbar. So schön. Sehr gut. Ein paar Gegner klatschen. Da ist ein Reintritt dabei. Nein. Aber ein Schwammel. Zwei Schwammel. Alter. Zack. 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 Zwei Schwammel. Aber jetzt. Super. Und öffnen. Na, wach auf. So. Holz und Wurzel. Sehr schön. Und wir gehen wieder nach oben. Knäpfchen. Wach auf. Zack. Halt. Zack. Zack. Und? Nein. Zack. 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 Im Busch ist nix. Da unten ist, glaube ich, auch nix. richtig. Dann schauen wir uns da unten noch um. Zack, 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 zack. Da ist auch nichts, können wir wieder gehen. So, dann können wir uns auch einmal schön heilen. So, und dann verlassen wir diese Ebene und versuchen in der nächsten unser Glück. So. So eine Truhe wäre wieder cool. Eine Truhe, wo wir unsere Sachen nach Hause schicken können. Das wäre super. Zack, zack, zack. Zack. Du, Viech, stößt dich wieder optimal. Nur, dass wir Probleme kriegen. Echt. So, jetzt haben wir da feines. Zerstört Fluch-Effekt. Zerstört Fluch-Effekt. Zerstört Fluch-Effekt. Schön. Dann. Zerstört Fluch-Effekt. Dann wird man stacken können. Zerstört Fluch-Effekt. So. Dann wird man noch einmal stacken können. Zerstört Fluch-Effekt. Sehr fein. So. So. Für den Fall, dass wir verrecken, werde ich jetzt mal die wertvolleren Sachen tauschen. So. Ungefähr. Ja, ja, wieso eigentlich nicht? Heilen wir uns schnell mal. So. Und weiter geht's. Eins, zwei. Und da. Zack, zack. Und zack, zack. Auf. So. So, ist fein. Na, die Notiz darf nicht weggehen. Weg, weg, zerstört werden. So. Was können wir denn da wegschmeißen? Äh, die Pilze, glaube ich. So. Ui. Ui, Fragezeichen. Ein Haufen Fragezeichen. Okay, ich brauche Platz. Wir müssen da nach Hause. Eindeutig. Das heißt, ich werde gar nicht weitergehen und werde gleich mal ähm, zurück zum Etagenanfang laufen. So. Und werde mich jetzt gleich mal ähm, so, aus dem Tungeon-Porten lassen. Ja, bitte. Und dann werden wir gleich wieder reingehen. Schwupp. Sehr, sehr gut. So. Und zwar, weg, weg. Ähm, ja. Ja. So. Quest. So. Und nächste Runde. Bam, 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 bam. Und schwupp. Und da sind wir wieder. Und nochmal von vorn. Sehr fein. So, ist gut. Ich glaube nicht, dass hier was... Nein. Was für uns drinnen wäre. Schwupp, schwupp. Ähm, das können wir geil mitmachen, da oben. Und zack. Komisches Viech. Und zack. Dankeschön. So, wir haben immer noch Schutz. So. Nochmal ein Schwammerl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Zack, zack. Und Aruis. Gut, da waren wir auch schon. Zack, zack. Was, hier geht's weiter? Das heißt, ich mache einen Kehrtmarsch. Da haben wir noch nichts verloren. Da sind wir fertig soweit. Na, ich wollte da hinten den Busch zerstören. Mit Sch. So. Nächster Raum. Leider kein Schwammerl. Zack, 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 zack. Nächster Raum. Auch kein Schwammerl. So, schon bluten mal. Und dann das nächste. Ups. Ah, da geht's noch unten. Das hat mir jetzt ein bisschen, ein bisschen ungut ausgeschaut, als wenn ich runtergestolpert wäre. Ja, gestolpert hingefallen und in den Keller gestützt. Ja, so passiert's. Und dabei bin ich nicht mal zu Hause. Mit dem Char. Weil die meisten Unfälle passieren ja zu Hause, ne? Weiß man ja. Ui, da sind dranklingen. Wow, da muss ich jetzt einsammeln, die Notizen. Zwei Stück sind da schon, sehe ich schon. Ja, ja, ist schon gut. Ich mache dich eh kaputt. Alter. Du nervst. So. So. Dankeschön. Und der nächste Raum, wenn du was trinken nebenbei. Alter. Und zack, zack. So, ist fein. Gibt's da was? Nein. Und der nächste Raum. Leider keine dranklingviecher. Zack, zack. Zack. Passt. Da machen wir schwammeln. Das ist sehr gut. Super. Was haben wir hier? Zerstört barriere einen Gegenstand. Das sehe ich anders. Das ist für den Fall, dass wir verrecken, ne? Wieder in Sicherheit bringen, die wertvollen Dinge. So. So. Dann, was opfern wir? Selbstverständlich. Den einzelnen. So. Dann können wir noch. Dann klinge ich mal so schnell was. So. So. Und zack. Sehr fein. Gut, ich glaube jetzt hätten wir alle Viechlein. Ich werde aber gleich hier diesen Dungeon, also diese Abteilung hier nochmal resetten. Weil hier gab es ganz viele Pilzgegner und schon zwei von diesen Ranken-Typen. Das heißt, ich werde jetzt ein Portal stellen. Das ganze Zeug wieder in Sicherheit bringen. Und hier nochmal versuchen, die Schwammerl schon mal fertig zu farmen. Und natürlich auch ein paar von diesen Ranken-Monster. Und hoffe dann, dass ich in der nächsten Ebene die Ranken-Monster fertig kriege und so weiter. Das hört sich nach einem Plan an. Also, zack, zack, zack. Du. Sind wir schon wieder voll, oder was? Na, geht ja. Haben wir jetzt tränkmäßig? Habe ich da noch was? Nein. So. Drei von den Pilzen noch. Und dann passt das schon mal. So, ich gehe schnell zwei Tränke bauen. Zack, zack, zack. Hallo. Tränke bitte, genau. Zwei, nein, zwei Stück reichen mir. Danke. So. Und tschüssi. Servus, Ruti. Und wieder zurück in den Dungeon. Ganz schnell. So, nochmal alle Klatschen. Das heißt, ich bräuchte jetzt nochmal drei Pilze. Und acht Rankling. Okay. Dann hätten wir die beiden, dann hätten wir alle Dreieck, weil es schon fertig ist. Dann können wir uns wieder voll und ganz auf den Laber-Dings konzentrieren. Also, wüssten wir. Ich sage immer, Laber. Das ist kein Laber-Dungeon. Zack, nein, ist das nicht. So. Dann gehen wir gleich hier rauf. Also, der Raum, genau. So. Hier rüber. Den brauchen wir noch nicht. Zack. So. Her mit dem Unkraut. Zack. Zack. Fertig. Heilen brauchen wir uns noch nicht. Zack. 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 Ähm. Das haben wir auch alles. So. Zack. Sehr gut. Der Vorteil ist, dass wir in die Drohnen nicht nur Schaum brauchen. Die sind leer. Na, würdest du bitte? Danke. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Schwammerl. Super. Genau, jetzt trifft rein. Ist eh klar. So. Zack, zack. Da hinten haben wir ein Skeleti. Mit nix. Schade. Da unten haben wir jetzt was. Okay. Aber normal müsste das schnell eh nicht sein, oder? Ich glaube nicht, dass das Reset wird. So, schön einsammeln. Schauen wir nochmal. Ja, genau. Das ist erledigt. So. Darüber noch. Das sind unsere beiden Rankings. Mehr Notizen. Viech, du bist unglaublich. So. Jetzt heran. Und du aufwachen. Hoppala. Nein. Einmal trinken. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack. So ist gut. So. Jawohl. Da haben wir das dritte Schwammerl. Das passt hervorragend. Passt. So. Sehr, sehr gut. Dann darf ich hier raufgehen. Naja, stimmt. Da gab es ja keine Ranklinge mehr normalerweise. Das heißt, wir dürften in die nächste Ebene marschieren. So. Hoppala. So. 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 Jups. Jetzt habe ich eigentlich einen Rankum sonst gesoffen. Ich blühe das Händel. Jetzt hätte ich das mir sparen können. Oh. Weil ich nämlich... Er ist mir egal. Weil ich da nämlich zum Brunnen komme. Planschi, Planschi. So. Und weiter, weiter. So. Jetzt hoffe ich, dass wir noch die restlichen... Das brauchen wir noch. Warte, wie viel? Sechs Rankling. Das heißt, ich hoffe, es sind drei hier. Dann kann man das mal zweimal schaffen. Ach, komm. So. Zack, zack. Super. Okay. Super. Den hätten wir auch. Den hätten wir auch. So. Jetzt fällt noch das Rankling da drüben. So. Alles gut. Zack, zack. Ui. Hoppala. Jetzt muss ich nur aufpassen. Okay. Eine neue Waffe. Wie cool. Wieder was kaputtes. Hoppala. Wieder was kaputtes, glaube ich. Alter. Wärts doch hin. Ist ja unglaublich. Na. Da oben ist er. So. Was ist denn das eigentlich? Ein kaputtes Katana. Hatten wir das schon? Nein. Einst eine stolze Waffe. Handelt es sich nun nur noch um ein Stück Metall. Nur eingeschmolzen würde es Gewinne abwerfen. Naja. Da werden wir sehen, ob wir einen doofen Händler finden. Ähm. Ja. Wer das kaufen würde. So. Die tun wir mal weg. Was haben wir hier? Zerstört Flucheffekt. Okay. Was haben wir da? Gegenstand geht kaputt. Das werden wir gleich mal sehen. Das glaube ich weniger. Weil wir nämlich das so machen werden. Zerstört bei Rüttembergert diesen Gegenstand. Das glaube ich weniger. Zerstört bei Rüttembergert diesen Gegenstand. Was können wir denn opfern? Es ist immer das selbe, ey. Es ist lächerlich. So. Zack, zack. So. Schön. Das hätten wir. Den letzten Trank noch reingehauen. Das hätte ich gar nicht machen können. Stimmt. Ich habe keinen Platz. Boah. Jupp. Stimmt. Das hätte ich mir sparen können. Das hätte ich mir sparen können, weil ich habe eh keinen Platz. Ähm. Jo. Schön. Es wäre halt schön, noch so ein Dingens zu finden. Alter. Oh, das klingt gut. Es wäre halt schön, so ein... Äh. Eine Quelle zu finden, wollte ich sagen. Ach, ist kaputt. Alter, alter, alter. 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 Den Zettel würde ich gerne mitnehmen. Aber ich glaube, die gehen... Gehen die nicht auch kaputt? Das opfern wir da oben. So. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Raum betreten soll. Wir haben nichts mehr zum Heilen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück zum Anfang. Da. Und ich glaube, ich bohrte mich mal schnell raus. Jetzt müssen wir kurz schauen. Hä? Ach so, den 28. haben wir. Okay, wir haben noch Zeit. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und ja. So, dann gehen wir mal schnell durch. Und geben unsere Zeugs ab. Dann gehen wir wieder zurück. Und versuchen, diese Notizen fertig zu sammeln. Ich weiß auch nicht, warum ich immer zwischen Haustür und Schild vorbeireinen will. Das ist einfach so. Ja. So. Halt, das war verkehrt. Und so. Und so. Gut, von dem haben wir genug. Mehr als genug. Zack, 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 zack. Dann noch schnell fünf Tränke brauen. Und dann wieder zurück in den Dungeon. Und schauen, dass wir diese Dingens da wieder kriegen. Hallo. Ich habe zu tun und komme in sechs Tagen wieder. Ich komme immer zu spät. Das ist ja unglaublich. So. Hm. Drei, vier, fünfe. Das reicht mir. Danke. Servus. Und weiter geht's. Habe ich die Stiefel verzaubern lassen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube doch, die habe ich verzaubern lassen. Alles gut. Alles gut. Halt, ich stecke fest. Halt, Mann ey. So. So. Jetzt versuchen wir weiter unser Glück. Mit diesen Rang klingen. Jetzt haben wir noch einen Tag und eine Nachtzeit. Und wir brauchen jetzt noch vier, ne? Passt. Das heißt, spätestens zweimal diese Ebene machen. Und dann passt es schon. So. So. Mann ey. So. So. Na, ich stürze ich wieder ab. Alter. So. Zack. Und durch. Die Notiz, die Notiz, passt. Hammer. Puh, das wäre jetzt bitter gewesen, wenn die jetzt weg gewesen wäre. So, passt. Das ist auch erledigt. So. Na, jetzt hin. Wow. Okay, das Wasser habe ich verloren. Super. Die Drohnen brauche ich nicht mehr aufmachen, die ist schon geöffnet. So. Das werde ich, glaube ich, lassen. Oder? Denn das da oben lasse ich. Weil ich brauche den Platz für die Items von Walddungeon hier. Das passt schon. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. hin, hin, hin und noch mehr hin. So. Den hätten wir auch erledigt. Ich glaube, die Truhe hatten wir noch nicht. Glaube ich. So, geh ein. Genau. So, schauen wir mal. Genau. Bringt den Gegenstand nach Hause. Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Drehbildsnotiz. Na. Da wäre es mir lieber, die hier nach Hause zu bringen. Gegenstand geht kaputt. Gegenstand geht kaputt. Geht nochmal kaputt. Lauter klumpert. Na, ich wäre lieber dafür, dass die Notizen nach Hause gebracht werden. Die brauchen wir ja für die Quest. Das ist unser wichtigstes Item hier. So. So, das war ein Gegner. Hoppala. So, nächster Raum. So. Zack, zack. Sonst ist da nichts. Gut. Dann noch eine andere Seite. So. Schnell, schnell. Upsala. Zack, zack. So. Gegenstand nach Hause schicken. Okay. Dann würde ich sagen, so mal. Und so mal. Dann nächster Gegenstand nach Hause schicken. Würde ich sagen, so. Zerstört den Flucheffekt. Und zerstört nochmal den Flucheffekt. Ich habe es alles gut gemacht. So. Na. Keinen Platz mehr. War eh klar. Kann man noch irgendwas, ähm, stacken? Ich werde mal... Na, das brauche ich ja so dringend. Ach man, ey. Das werden wir halt opfern. Wieder mal. Machen wir gleich Geld draus. So. Fein. Schauen wir hier die vier Sträucher noch an. So. Nichts ist gut. Dann gehen wir uns mal zwischendurch heilen. Und dann... Ach. So. Und hier. Wer sind diese Leute? All unsere... Unser Wissen und unsere Technologie helfen uns nicht dabei, herauszufinden, wer hinter all diesen wiese Daten steckt. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das LF1-Serum fertigzustellen. Das Schicksal unserer Welt hängt davon ab. Jawohl. Ah, da geht's doch weiter. Zweitruhe. Und einmal geht's weiter dann. Warte, dann brüllen wir das unten hier zuerst. Ah, oh. Ah je, das Buch. Okay. Muss ich mir merken. Was war das jetzt? Okay, zuerst das Buch. Ah, falsch. Zuerst die Räume klieren, dann Buch holen, dann durch. Aber dann sind wir fertig. Mann, das ist wieder doof. Nein, nix da. Ich schaue mir jetzt zu einem anderen Plan. Ich schaue uns jetzt sowieso die Räume hier an. Wenn wir ein Todelglück haben, sind zwei Marankentypen noch dabei. Wenn wir kein Glück haben, so wie sonst immer, dann müssen wir nochmal den Dungeon verlassen. Ihn nochmal betreten. Dann nochmal hier, dass, äh, die zwei Räume klatschen. Hier nochmal alles klieren. Ja. So, Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Äh, was schickt man denn nach Hause? Zerstört den Fluch-Effekt. Warte mal. Ähm, so. Das einmal. Das einmal. Das einmal. Stecken. Nach Hause teleportieren. Mitnehmen. 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 Drehbildsnotizen brauche ich eigentlich nimmer. Dann kann ich sie verkaufen. Weil da haben wir schon, jetzt wird sie ihn. Ein einziges ist es wert. Super. Passt. So. Nächster Raum. Leider kein Ranken-Typi. Das heißt, ich muss den Dungeon nochmal verlassen. Und den nochmal betreten. So. Ah. Hm. 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 Das ist mittlerweile echt schwer. Zerstört Fluch-Effekt. Was haben wir hier? Zerstört Brücke einen Gegenstand in dieser Richtung. Das sind halt wichtig, diese Items eigentlich, nur die bringen wirklich Cash. Ich habe gerade eine wunderbare Idee. Warte kurz. Können wir einmal stacken. Dann können wir das hergeben. Weil das Lustige ist, ich brauche die dringender als die gelben. Und die werden verkauft und gut ist. Passt. Problem erkannt, Problem gelöst. Dann ist noch der Raum hier. Ja, das ist wieder so einer. Aber der passt mir gerade ganz gut fürs Portal zum Stellen. Ähm, so. Ähm, so. Ja. Rein und raus. Boah, Überlänge haben wir auch später. Entschuldigung. Machen wir gleich den Part Schluss. Dann würde ich sagen, wir treffen uns wieder im Waldtempel. Ich werde inzwischen schnell die Tasche ausleeren gehen. Und, äh, ja, wir hören uns dann wieder im Taschen. Ja, so machen wir das. Ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.